Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich schnapp mir mal die Schneiber und auch gleich mal hier ein paar ordentliche Raketen, C4, Sprengstoff, Claymore, Granatwerfer, so. So. Luft anhalten. Funktioniert aus. Super. So. So. Jetzt machen wir alles in Ruhe mit dem Schneider. Alter. Hält doch liegen. Rein, Granate. Oh, ey. Die mit den Granaten. Von wo? Von da. So. Nachladen. Sniper-Gewehre sind schon eine geile Sache. Lauf, lauf, lauf. Jetzt machen wir den ganzen Shit noch einmal. Ha. Ha. Verdammte Scheiße. Wir sind so nah am Rand. Alter, geh da... Nicht in mein Schussfeld. Wir müssen uns zurückbieten. Immer weiter. Nicht von den Slamm�en schließen lassen. Äh. Der hat gesessen, der Schuss. So, haben wir hier noch irgendwo? Ich glaub nicht. So, das waren hoffentlich alle. Ja, diesmal zögere ich nicht gleich aufmachen. Ah, Gerechtigkeit. Wie unbeweglich. Wow. Boah, wie fährt die denn? Waren das 30 Sekunden? Ich glaub nicht. Ich hab nicht das. Beg. Beg. Beg! Beg! Wach auf, verdammt! Beg! Jetzt lass dich, Scheiße! Komm schon! Sie sind hier! Sie sind hier! Ich habe sie verletzt! Sie sind hier! Sie sind hier! Diese behinderte Kuh. Alter, wenn ich die wiedersehe. Wir brauchen alle unsere Leute einsatzbereit. Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten. Oh, Scheiße. Okay, okay. Was noch? Wenn sie erwischt werden, wie stehen die Chancen? Wenn Shang sie hat, werden wir sie vermutlich nie wiedersehen. Alter, die werde ich so durchlöchern, kann ich jetzt nicht sagen. Scheiße. Ähm. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Was könnte man sagen? Scheiß drauf. Ihre Mission in Shanghai, Sergeant Wrecker. Wie laut hätte sie? Hey, geh mal in den Schaden. Geh mal in den Schaden. Sie sollen endlich reden. Was soll hier denn bestudeln, Jagai? Kimble Irish Grace. Sarge, Herr. Ah. Lass ihn in Ruhe, du kanker Schein. Halten Sie mich doch auf, Sarge. Wrecker. Wrecker, bleib bei mir. Bleib bei mir, Wrecker. Ich schläge dir deine scheiß Arme an. Und dann werde ich die Spion schlampe Herren erfinden und sie damit zum Preis schlagen. Sie und ihren scheiß Ehemann. Ehemann? Was für ein Mann? Drehen sie jetzt durch? Du hältst mich für blöd, was? Der Typ mit dem Verband. Ich weiß. So. Er lebt noch. Dein Schiff ist die USS Valkyrie, richtig? Was? Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast. Was? Hau. Was kam ich raus hier? Wenn du weinst. Wrecker! 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 Der war mir Wrecker! Wrecker! Sie sagen, das sei dein Name. Du weißt etwas über Gen.J. Ich höre sie reden. Über dich. Über Gen.J. Sie sagen, du wüsstest etwas. Hey, Sergeant, aufwachen. Du bist Amerikaner. Schon vergessen? Denkst du, dein Land wird dich retten? Oh nein. Du wirst hier verrotten. Du hast keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Das ist ein Russe, oder? Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Klieb. Du bist stark und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Also vertraue ich dir. Verstehst du? Es sei denn, du willst den Gestank hier unten auch in den letzten Stunden deines Lebens riechen. Wenn man, wie ich, eine nukleare Explosion überlebt kann, oder für die Freiheit, wie du es vom Tierberg hauptest, dann wartet man nicht darauf, dass man im Gefängnis bleibt. Wie kann der bitte mit so einem Rohr hier so eine Wand durchschlagen? Oh, scheiße. Was ist ein Kalbensalat? Die kann man echt schön durchschneiden. Auch unlogisch, sich an so nem Rohr festzuhalten mit seinem Gewicht. Glaube ich nicht, dass das wirklich geht. Wenn wir zusammenbleiben, überleben wir. Und wenn wir nicht zusammenbleiben, überleben wir trotzdem. Wenn du dir Kugel einfängst, wie geil. Komm schon! Satchel. Tut gut, wieder das zu tun, was ich am besten kann. Deine Anwesenheit ist ein Geschenk für mich. Hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Vom Turm in der Mitte kann man alle manuellen Schlösser öffnen. Von da aus können wir hier alles aufmachen. Gut, dann machen wir mal. Oh, nach unten. Natürlich. Sonst rennt man immer nach oben. Wache? Was ist das hier? Ich gebe dir Deku. Geh du rauf und mach das Schloss auf. Bleib aus dem Lee. Geh du rauf. Geh du rauf. Geh du rauf. Pssst. Bitte. Scheiße war's. Die nehm ich mir lieber mit. So, komm. Oh, schöne Knarre. Wow. Der labert irgendwas da im Hintergrund, ich versteh's aber nicht. Von wo? Von da? Von hin? Alter, ich seh absolut gar nichts. Schrot auf Entfernung, sag mal. Wie bescheid bin ich denn? Also bisschen übertreiben kann man's auch. So. Ah. Gib doch Ruhe. Sekt. Hä? Wow. Ah, Mann. Ich hab einfach keine Konzentration mehr, tut mir leid. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Ich weiß nicht. So. żenie. hygienische Bühne. Wir sehen uns dann in der nächsten Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020